Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir... ...Pixel Worlds... ...mit... ...Beste Shari... ...und, äh, ja, mit mir und NabelBlueBoy13. Und, äh, wir spielen hier ganz neu... ...auf Play Store. Ja. Oder App Store. Ja, okay. Und deswegen wollten wir es einfach mal zocken. Und ich hab schon ein bisschen vorgezockt, ähm... Also, ich mach jetzt nie wieder, ähm... ...mit, ähm, äh... ...intro, dass da alles immer so lange und dann... ...könnt ihr keine Videos mehr von mir sehen, also... Also, ähm, ja, wir fangen gleich mal an. Also, wir bauen jetzt... Ich hab übrigens das hier an, Henry. Ah, guck mal. Hauf! Oh, sorry, ich hab dich geschlagen. Guck mal, was ich anhab, Henry. Henry, guck mal bei mir. Henry! Das ist... Das ist... ...zumfeln. Ach, den hast du eingestellt. Alles klar. Ja, ich... Wie der Scheiser. Jetzt bauen wir jetzt erstmal ab und farmen. Jo. Und wir sehen schon hier die Diamanten. Das ist die Währung hier. Oh Mann, rund. Äh, warte mal, Leute. Ich mach mal kurz bitte in die störende Hand. Dankeschön. Dankeschön, dass sie gewartet haben. Was... Das hat jetzt geholfen, da? Nee, jetzt gucken wir uns die Nachrichten. Das hat's geholfen. Ja, und wir... Darf ich keinen Namen sagen? Im Rechten? Im Rechten? Nein. Okay, und hab ich lieber geguckt. Ähm, ich kann hier auch stoppen. Und das ist... Also, Pause. Mega nice. Du nimmst immer mal auf, ne? Nee, echt? Ich schaue sie immer noch. Da hab ich noch was drin. Ja, irgendwie... Ja, und wir kriegen ja hier die ganze Zeit Samen, wie man sieht. Uh. Alles klar, guck dir den Stein an. Der war hartnäckig. Okay. Ja. Ähm, und diese Samen, die kann man ja im Inventar gucken, dass... Guck, guckt euch. Hier die beiden. Ich hab ein Lock drin. Alles. Alles. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Er guckt mir jedenfalls mal beim Best-Tutorial vorbei. Mit dem zocke ich auch gerade. Nur der weiß noch nicht, wie man seinen Namen verändern kann. Ähm, also... Also, er weiß es aber irgendwie... Okay. Der sagt, mein... Mein Charakter ist, ähm... Äh... Dein Charakternehmer ist illegal. Ja, jedenfalls... Ja, mein Charakter ist illegal. Jedenfalls haben wir hier eine Lava-Seed. Den kriegt man bei einem Lava-Block-Abbau. Das konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Nur weil ich jetzt schwarz bin im Spiel. Nein. Aber guck mal. Ich pflanze jetzt den Lava-Baum. So. Und jetzt nehm ich... Hier... Soil-Block-Seed. Das ist der hier. Wie ich schon gerade gezeigt. Gedrückt halten. Und... Bei Sprengen. Dann sprengt die überhaupt... Übrigens höher. Ja, und dann rückt die nochmal auf den Lava-Seed. Tri. So. Und dann wieder zum Wood-Block. Und zwar zu dem hier. Und damit bauen wir auch heute unser Haus. Nice. Du hast richtig viel. Ich hab hier schon ein paar Sachen... Oh mein Gott. Du hast ähm... Ziegelsteine. Ja. Hab ich. Also ich hab ein paar Sachen... Wenn wir in die Welt kommen können... Die Welt heißt übrigens... Anana... Anase... 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 Kannst du euch zeigen da? Da... No-Walls-Lock... Da drunter. Ja. Ähm... An-A-N-A-N-A-N-A-N-A-S. Ja. Also wenn ihr reinkommen wollt, könnt ihr das ruhig machen. Aber bitte nicht briefen, weil das ist kacke. Jo. Jo. Ähm... Aber wenn ihr reinkommt, dann könnt ihr... Also ich baue da schon ein Lock hin. Äh... Wenn ihr dann drinnen seid und wir das sehen, dann kann ich euch Rechte geben. Aber bitte nicht kaputt machen, okay? Weil das ja richtig scheiße für unser Let's Play ist. Warte. Warte mal. Ja. Ich habe ja noch einen Lock drin. Locks. Das ist halt echt flüssig mit der Aufnahme. Ist... Ist halt wirklich so. Wie soll ich sagen? Okay. Ja. Warte. Schlagt mal gegen, dann sehen wir das bei dir. Also guck mal bei... Ach, jetzt habe ich es eingesammelt. Ist nicht schlimm. Guck mal bei West-Tutorial vorbei, dann seht ihr wie er Bäume schlägt. Wow. Das ist so richtig interessant. Warte. Ich gebe die Rechte. Ich will auch mal ein bisschen labern. Ich gebe die Rechte. Wie kann man Rechte geben? Du musst dann auf den Schlüssel, da Schlüsseleisen gehen und da drauf drücken. Und dann musst du... Ah, okay. Dann musst du auf meine drauf drücken. Akzeptieren. 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 Jetzt hast du Rechte. Schön. Ähm... Wir haben auch noch andere Welten wie Banane und Apfel und so. Aber da lieber nicht. Ah, scheiße. Jetzt komme ich jetzt nicht vorbei. Jetzt muss ich eine Treppe bauen. Ah, ja. Und dann baue ich halt eine Treppe. Ich kriege heute nichts gesorgt, oder? Ja, jetzt habe ich eine Treppe gebaut. Guck dir die Treppe an. Ja, ist ja toll. Du baust eine Treppe. Das interessiert mich nicht. Doch. Mann, wir labern hier über das Spiel und nicht, was du baust so Treppen, Alter. Also jetzt sieht man hier, er hat schon den Stein gedroppt. Aber das ist noch nicht unser Ziel gewesen. Wo bist du? Entschuldigung, da war ich. Hier sind Steine überall. Ja, ich habe aber noch. Ja, Pech. Was ist denn mit der los? Ja, und ihr habt es gesehen, ich habe den Feed gekriegt von diesem Block. Oh, noch ein Samen. Der hier und der ist übrigens super selten. Schön. Ja, bitte. Noch ein Samen. Wie viele Samen kriege ich? Ja, und ähm... What is it? Hahaha. Aua. Ah. Henry hat sich bei dem Spiel in den Fuß gestochen. Ja. Mama, 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 Mama. Mann, ich guck, ich krieg nie was getroppt. Ey, gleich möchte ich keine Rechte mehr. Doch. Bitte. Nein. Sorry, Henry. Mein Gott. Sorry, Henry. Okay, ähm... So, wir haben uns jetzt wieder verteidigungsstotten. Wow, Handel. Ey, ich krieg nichts getroppt. Was ist denn das für ein Schweinerei? Beine. Ja, ist halt der Vorfühleffekt, ne? Ist immer so. Ist immer so. Juhu. Aber ich glaub, die Klinge sind groß. Da ist so viel Stein. Darf ich auch mal legen? Und da ist sie. Hi. Ihr habt uns gesehen. Oh, Mensch. Darf ich schon mal ein Haus aus Dreck bauen? Nee, noch nicht. Das ist scheiße. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Und wie ihr seht, haben wir jetzt Granitsamen gekriegt. Und ich zeig euch mal, wofür man die brauchen kann. Juhu. 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 Ich komme hier aus der Jump-Skill. Oh, guck mal. Lava, Lava, Leute. Leute. Lava. Wow. Das Florian hat Lava gefunden. Hat man schon mal am Anfang. Und? Nein, ich hab nichts gekriegt. Schauen lieber dich, Henry. Schauen. Halt's mal. Ich hab nur mit allem. Hä, wieso? Dein Echtname dürfen wir alle wissen. Meine ich. Was? Dein Echtname dürfen wir alle wissen. Ja. Ich meine ich. Ich meine ich. Vergehe. Kann man nicht. Oh, Mensch. Komm mich hoch. Ich bin doch Opfer. Schlapp. Er guckt mal rein. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Nee, ey. Juhu. Lass dich sagen. Für mich. Ich mach hier gerade ein Tutorial. Ein Tutorial? Ja. Ey, ihr seht, hab ich auch noch raus. Und zwar ... 73. Wieso, weiß ich auch nicht. Äh. Kommst du mal hin? Wann? Du kannst ruhig meinen richtigen Namen sagen. Ja, okay. Aber komm. Ein bisschen abholen. Oh, ja. Oh, ja. Aua, aua. Ey. Ah. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Ich will den Fuß. Komm, lass ... ähm ... Lass jetzt ein Haus bauen. Lass ihn ausbauen. Lass ihn ausbauen. Lass ihn ausbauen. Lass ihn ausbauen. Ja, kannst mal leise so. Ja, jetzt gesehen haben wir Gras zusammen. Die tun wir jetzt mal dahin. Also fangen wir dahin. Jetzt nehmen wir mal den Granil oder ... Ne, Mabel, hab ich noch nie ausprobiert. Ähm, den packe ich jetzt mal da drauf. Lass ihn ausbauen. Green Tile. Okay. Kann man da irgendwas drauf tun? Ja, ja, ja. Okay, ne, mehr geht nicht. Ja, jetzt ... Was ist das? Green Tile Tree. Was ist Green Tile? Keine Ahnung. Cool. Soil Bot Tree. Ey, Max. No. Äh, sorry, ich hab nichts gesagt. Ja, wie man schon sieht, wir haben Überschuss von ... Kerr. Ja. Ra, ba, ba, ra, ba, ba, ba. So. Ah, hast du überhaupt Schuhe an? Ja, hast du auch. Also wenn ihr Bock habt und mal in unseren Server kommen wollt, dann kann ich euch die Sachen geben. Warum baust du immer ein Haus rein? Das ist ein Anfang vom Haus. Ihr seht, ich hab drei Tanktops übrig. Green Jeans. Green T-Tree. Dann noch Long Blue Dress. Oder auch gray T-Shirt. Oder brown Schuss. Und ja, davon kann ich euch dann jetzt eins geben, also wenn ihr halt auf den Zimmer kommt. Wie gesagt, bist du nicht mal? Der ist auch schön. Sommer, hast du alles meinen? Wie weit bist du geschmoren, Junge? Sommer, hallo! Okay, das war es erstmal für den ersten Part. Der war ganz schön groß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, du bist ja noch. Vergesst nicht zu bewerten. Und tschau. Tschau. Tschau, 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 Leute. Ich würde mich freuen, über eine gute Bewertung und beim Halsschauen.